Und ein Moinsen zu, ich sag einfach mal, alles, was so loszuwerden ist vor dem Spiel des VfB morgen in Köln. Natürlich Darmstadt ist dabei, Girassi ist dabei, Mislintat ist kurz dabei und natürlich der Ausblick auf Köln und ein paar kleinere News-Geschichten hier im Podcast. Wir fangen an mit Darmstadt, 3 zu 1 Heimsieg, jetzt nicht auf die Stunde genau, aber vom Tag her vor einer Woche. Noch da, wie gesagt, brauchen wir nicht groß drauf eingehen, ich glaube, verdient das Sieg am Ende des Tages. Ich habe auch schon, wie auch da wieder viel gesagt, eh schon im Fazit im Stadion-Vlog, Stadion-Audio-Vlog. Was man noch echt nochmal hervorheben muss, finde ich aktuell vor allem auch ist, dass halt echt jedes Tor gefühlt noch schöner ist als das Nächste. Also wir würgen gerade irgendwie keine Dinger rein oder abgefälschter Schuss aus 20 Metern. Das Erste war einfach schön, schön Ball verteidigt gegen Verteidiger im Rücken mit Girassi, legt einen Bock stark ab. Gut, der Abschlussball ist nicht Weltklasse, aber eben die Ablage davor war top. Davor muss ich natürlich sagen, unglückliches Eigentor durch Zagadou, passiert halt mal. Und dann halt direkt auch, wie ich auch im Fazit gesagt habe, nach dem Darmstadt-Spiel direkt schon Freitagabends, Freitagnacht, direkt Mentalität gezeigt und eben diese Prüfung bestanden, sage ich mal die erste, mit einem Rückstand, dann direkt fünf Minuten später ausgeglichen. Die Girassi hörte zum 2-1, es ist halt, wenn es läuft, dann läuft es. Er nimmt sich das Ding, dreht sich so ein bisschen vom 16er fast weg und dann kloppt er das Ding aus dem jetzt nicht unfassbar unmöglichen, aber doch auch nicht einfachen Winkel, quasi von der 16er Linie kloppt er das Ding mit keinem wieviel kmh unter die Latte. Quasi unhaltbar für den Keeper, ein absoluter Strahl und so einen Schuss nimmst du dir auch nur, wenn es läuft. Weil wenn es nicht läuft, dann landet der Ball irgendwo in Reihe 50 in der Türkammer Kurve oder von mir aus sogar, wenn es ganz schlimm läuft, quasi irgendwie rechts zwischen zwei Blocks außerhalb vom Stadion. Aber dann nimmt er sich halt und kloppt das Ding einfach rein, unfassbare Hütte. Es war wieder so ein Moment, wo du im Stadion natürlich jubelst, weil geil, 2-1-Führung, wichtig vor der Halbzeit. Zehn Minuten nach dem 1-1 war das, aber im selben Moment schon quasi im Kopf rattert. Was ist das denn? Was hat er da gerade schon wieder gemacht? So ähnlich wie beim 3-1 in Mainz, wobei das Tor natürlich noch absurder war. Und dann sind wir auch schon 3-1, 90 plus 2, wurde ja kurz abgepfiffen mit Abseits. Er hat auch recht schnell, glaube ich, sogar abgepfiffen mit Abseits, dann hat es durchgezählt. Noch da wieder, also Gerasi und Lupfer, das ist es halt aktuell einfach. Wie wunderschön, der den überlupft, wirklich eiskalt abgekocht, chippt den drüber drin. Zwei Hütten gemacht wieder, 10 aus 5 Spielen. Es ist komplett absurd, was der Mann da macht. Und was man auch sagen muss, wir haben ja auch schon davor 3-1 geführt. Und das Tor hätte es gezählt, hat es leider nicht wegen Millimeter Abseits. Das ist ein anderes Thema. Aber hätte das gezählt, dann wäre wahrscheinlich das das Tor, über das gesprochen werden würde. Vielleicht gefühlt auch schon am gesamten Spieltag. Weil was da dann Gerasi und Führig gemacht haben, Tiki Taka auf kurzem Raum, One-Touch-Fußball, Doppelpässe quasi im 16er von Darmstadt. Und dann der Finish, der Abschluss von Führig. Unglaublich, unglaublich schön. Das ist wieder das Moment, wo du einfach nur im Stadion stehst. Klar, war Abseits, aber wo du im Stadion stehst, das Tor feierst und danach einfach stehst und genießt. Wirklich, du stehst da und genießt, weil was hast du gerade da gesehen? Und das genießt man einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist gerade pures Genießen. Weil das Tor, wie gesagt, traumhaft rausgespielt, einer geschrieben hier, Barcelona Prime. Was wir auch da natürlich hatten, war bei den Toren, auch nach dem Abpfiff, vor dem Anpfiff, weiß ich gar nicht mehr, ist Lichtershow. Wir haben ja hier unser weiß-rotes Licht jetzt oben am Stadiondach. Und natürlich ein Freitagabendspiel oder generell Abendspiel, dunkles Spiel, bietet sich da top an dafür. Es gibt auch genug, die hier sagen, ja, muss nicht sein und so ein bisschen Wolfsburg- und Bayern-mäßig. Ich fand es vollkommen in Ordnung. Nach den Toren auch ein ganz nettes Feature. Vielleicht war es auch so ein bisschen ein Test, wie es überhaupt drüber kommen würde in dem Spiel. Plus, muss man auch sagen, wenn wir jetzt dann in zwei Wochen Samstagmittags zu Hause gegen Wolfsburg spielen, bezweifle ich sehr, dass es da sowas gibt. Also ich glaube nicht, dass wir da eine Lichtershow machen. Sowas spielt sich halt vor allem für Abendspiele an. Und da, ja, fand ich jetzt wirklich sehr, sehr geil tatsächlich am Freitagabend. Wie schon gesagt, Gerasi zehn Hütten nach fünf Spielen. Das hat genau ein einziger Antrag geschafft in der Bundesliga-Historie. Und der heißt, ja, der hört auf den Namen Robert Lewandowski. In der Saison 2021 hatte der auch zehn nach fünf. Und das war die Saison, in der der Kollege, der zwei Barcelona spielt, 41 Tore gemacht hat. Das war seine Rekordsaison, Gerd Müller-Rekord gebrochen. Also auch das, ja, das hat er auch in einer seiner speziellsten Saisons geschafft. Also unfassbar, was Gerasi da aktuell macht. Trotzdem auch viel Fokus auf Gerasi und 100 Prozent auch zurecht. Aber wir müssen auch noch auf andere schauen. Und da jetzt vor allem auch der Blick aufs Mittelfeld. Enzo Mio. Hier habe ich vor mir von einem Talent-Scout-Ding auf Twitter ein paar Top-Stats zu dem Spiel. Bei dem darf man auch nicht vergessen. Der Kollege ist immer noch 21 Jahre alt. Unfassbar, unfassbar stark, Tor gemacht. Und muss man natürlich auch dann sagen, ihm hilft es natürlich dann auch, dass Jong gerade weg ist. Mal gucken, wie es da aussieht. Konkurrenzkampf ist ganz hoch auf der Position. Aber Mio ein super Kicker und das wissen wir auch nicht erst seit dem Darmstadt-Spiel. Und auch ganz wichtig, die zentrale Sonderlob für Stiller und Karasso. Ja, auch der Kickertitel. Absolut zurecht. Karasso sowieso immer einer, der, ich sag mal, zu wenig besungen wird. Doof gesagt. Aber es ist halt so auf der Position im Mittelfeld. Da wahrscheinlich auch für die selbst, für Karasso und Stiller selbst wahrscheinlich auch geiler, wenn die nach dem Spiel rausgehen und keiner redet über sie. Das heißt, sie haben nichts falsch gemacht. Aber die machen einen super Job da. Karasso sowieso. Stabilisator und brutal wichtig. Und Stiller natürlich auch. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Und man nimmt es irgendwie fast schon, als wäre es gegeben. Aber es ist halt nicht normal, wie Stiller hier reingekommen ist. Das ist unglaublich. Ich glaube, der kam am Tag vom Leipzig-Spiel, müsste es gewesen sein. Und die Woche darauf war schon klar, der spielt. Weil, ne, Endoersatz und Mittelfeld braucht man den Kollegen. Und der spielt da auch schon das erste Spiel gegen Freiburg. Das hat seine Aufmerksamkeit bekommen, glaube ich, damals, aber vielleicht nicht so viel, wie es verdient hätte mit seinen Passen, Pre-Assists, wie er das Mittelfeld dirigiert hat, wie er es auch jetzt aktuell dirigiert. Unglaublich. Du könntest echt meinen, da hilft wahrscheinlich echt, dass er halt Hoeneß kennt oder Hoeneß ihn kennt, ne, beidseitig, von Hoffenheim, von Bayern. Und vielleicht das Spielsee ihm auch einfach liegt. Aber das ist unglaublich, wie der sofort funktioniert. 0,0 Eingewöhnungsphase. Das ist unfassbar. Riesen Respekt davor, was Scheller hier aktuell abliefert. Und ist natürlich viel zu billig oder viel zu auch unfair zu sagen, irgendwie, ja, hier Endo vergessen gemacht. Weil macht er nicht. Endo hat seine Geschichte hier beim VfB. Aber es ist zumindest nicht so, als würde aktuell der Endo-Ersatz brutal wehtun, weil die beiden es einfach richtig geil machen im Mittelfeld. Beide auch, oder Karassoja auch knapp unter ihm, aber vor allem auch immer stiller. Aktueller Laufstärkste bei uns, was die Kilometer angeht. Richtig, richtig stark. Zagadou, gehen wir kurz zur Defensive, hat hier die Bild geschrieben tatsächlich, ist bisher der Top-2-Kämpfer der Bundesliga. Unglaublich. 74,4 Prozent gewonnener Duelle im Schnitt. Und das ist krass. Der Kollege ist gerade der Top-2-Kämpfer der Bundesliga. Und das ist ja auch das Schöne. Letzte Saison, müsste er, glaube ich, so gewesen sein, wenn ich mich nicht recht täusche, war Mafropanos der beste Zweikämpfer der Liga auf die gesamte Saison gesehen. Prozentszahl, die er gewinnt. Und jetzt einfach Zagadou. So, wir haben einfach einen abgegeben und der Nächste macht es halt weiter. Und Zagadou muss man auch hervorheben. Klar, Eigentor gemacht. Und er hat auch immer wieder seine ein, zwei Dinger drin. War jetzt kein schlechtes Spiel, aber auch kein überragendes Spiel von ihm gegen Darmstadt. Aber der macht sich aktuell. Du weißt ja, was er in ihm drinsteckt. Oder du meinst zu meinen, zu wissen, was in ihm drinsteckt. Riesenhoher Marktwert gehabt schon mal bei Dortmund, PSG-Jugend. Dann eben viel Verletzungsprobleme gehabt und so Geschichten. Das, was wir alles schon auch besprochen hatten, bevor Ablöse frei kam. Beziehungsweise Handgeld wird geflossen sein. Aber offiziell Ablöse frei, weil er freier Spieler gewesen. Letztes Saison auch nicht so das, was man sich auch hofft hatte. Weil man hat schon gehofft, ey, wenn der hier wieder anfängt gut zu kicken, dann ist das auch einer, der für richtig viel Asche geht irgendwann. Und jetzt kommt er rein langsam. Jetzt kommt er langsam rein. Ito ist der Linksverteidiger. Das heißt, er hat seinen linken Innenverteidiger-Posten am Start. Marvopanus ist weg. Also hilft ihm natürlich dann in dem Sinn auch, dass er nochmal eine wichtige Rolle einnimmt. Und er erfüllt sie gerade. Also Daxo auch mit einem sehr, sehr starken Saisonstart. Und natürlich auch in dem Spiel noch anzusprechen. Waren, wie gesagt, auch gegen Darmstadt wieder die meisten im Team wirklich mindestens mal ordentlich. Aber Pascal Stenzel musst du auch hervorheben. Natürlich auch der profitiert davon, dass ein Wagnermann aktuell natürlich noch verletzt ist. Bin mal gespannt, wie es da aussieht, wenn der wieder richtig fit ist und wieder eine richtige Option werden kann. Ob dann Stenzel trotzdem aktuell seinen Posten inne hat. Wie viel Wagnermann da wirklich aktiv tun muss dann, um an ihm wieder vorbeizukommen in Training und Leistung und so weiter. Weil Stenzel macht das Bock stark. Von Stenzel ist auch so einer, da weißt du immer, was du bekommst. Erst immer bekommst du bei dem Minimum eine ordentliche Leistung. Einfach wirklich auch ein super Kaderspieler für das. Und der spielt auf rechts da top. Geht immer wieder in die Mitte auch mit rein. Richtung Mittelfeld für den Aufbau. Stenzel profitiert natürlich von der Wagnermann-Verletzung. Aber würde ich auch aktuell nicht wirklich aussortieren wollen. Auch wenn Wagnermann zurückkommt. Außer natürlich, du sagst da wieder generell ein neues Thema. Aber dann hast du wieder Wingbacks. Oder hast du wieder einen für den Wingback. Für den rechten Wingback. Dann kannst du wieder umstellen. Vielleicht von einer Viererkette auf eine Dreierkette, Fünferkette. Das ist dann so ein Thema, wo dann vielleicht Wagnermann seinen Vorsprung hat. Wenn Hoeneß dann umstellen will. Wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was da passiert. Ja, rechtsdefensiv bei uns. Aber Stenzel macht das richtig stark. Muss angesprochen werden. Und gerade schon angesprochen, Sebastian Hoeneß. Ich habe es hier vor mir. Die Hoeneß-Tabelle. Der Mann hat jetzt bisher 13 Bundesligaspiele gemacht bei uns. Platz 4. Bayern vor uns. Dortmund vor uns. Leipzig auf der 1. 25 Punkte aus den 13 Spielen. Bedeutet 7 Siege. 4 Unschieden. 2 Niederlagen. Und 33 zu 19 Tore. Ich bringe die Statistik hier immer wieder. Und wir haben schon oft die Hoeneß-Tabelle angesprochen. Aber ich finde, man kann es ja auch nicht oft genug ansprechen. Weil es ist brutal, was der Mann hier geleistet hat. Oder was der VfB seit ihm hier abruft. Und auch krass. Das ist so eine Statistik, die ich gar nicht auf dem Zettel gehabt hätte so richtig. Hätte nicht einer das auf Twitter geschrieben. Hier Tour for Tour war das in dem Fall. Im achten Anlauf gewann nun Stuttgart endlich wieder gegen einen Aufsteiger. Das ist vorgewillt. Das ist vorgewillt. Der letzte. Das hatte ich so gar nicht im Kopf. Aber passt zu den letzten Saisons. Weil es sind so Spiele, die du gewinnen musst, wenn du drinbleiben willst. Achter Anlauf. Das heißt, sieben Spiele dazwischen hast du nicht gewonnen gegen Aufsteiger. Ja, letztes Mal war wirklich das 5 zu 1 gegen Fürth. 5 zu 1 gegen Fürth. Dann hast du in der Saison dann wohl Bochum nie geschlagen. Unentschieden, glaube ich. Dann hast du in Fürth auch Unentschieden gespielt. In Schalke hast du verloren und hast Unentschieden gespielt. Bremen hast du verloren und Unentschieden gespielt. Ja, da kommst du schon hin. Das ist schon auch eine absurde Bilanz, die da auch echt zum Glück endlich mal vorbei ist. Natürlich auch. Das macht man natürlich auch immer so weiter, immer so weiter. Bis es sich halt nicht mehr lohnt, da drauf zu gucken, weil wir die erste Niederlage einfahren oder wie auch immer. Aber der beste Saisonstart seit 1996, 1997. Damals hat man tatsächlich alle ersten 5 Spiele gewonnen. Aber natürlich brutal. Das ist jetzt 27 Jahre her. Das ist unglaublich. Und Neckarstadion, brutal wichtig. So muss es eh immer sein. Das ist es von der Stimmung sowieso immer. Und auch tendenziell immer besser auch als auswärts. Aber wir sind aktuell eine Heimmacht. Und das muss so bleiben, weil auch das ist elementar, wenn du drinbleiben willst. Oder eben auch von mir aus erfolgreicher noch sein willst in der Saison als, ich sag mal, nur Klassenerhalt. Drei Spiele, natürlich mit absurden Ergebnissen, aber wir lesen es trotzdem so vor, wie es ist. Drei Spiele, 13 zu 1. Das heißt, das einzige Tor, das wir uns gefangen haben, was Nürnberg sich gefangen hat, war auch ein Eigentor. Das ist immer noch kein gegnerischer Treffer, so gesehen. 13 zu 1 Tore und natürlich neun Punkte. Brutal, 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 brutal. Und da kann man auch wieder Vergleiche ziehen zur letzten Saison. Muss man auch machen, finde ich. Einfach, um das gute Gefühl nochmal mitzunehmen und nochmal auch zu zeigen, wie krass es die letzten Jahre lief im negativen Sinn. Wir haben jetzt vier Saisonsiege nach fünf Spielen. Den vierten Saisonsieg hatten wir in der letzten Saison an Spieltag 21. Das ist unglaublich. 21. Das sind jetzt nach Adam Riese 16 Spieltage früher. Es ist komplett absurd. Ich grinse mir hier nur einen ab, während ich hier durch die Tabs durchklick, muss ich sagen. Wir hatten es letztes Mal davon, dass wir jahrhundertelang keine zwei Bundesliga-Siege in Folge mehr hatten. Jetzt hatten wir es dann mit Freiburg-Mainz. Jetzt haben wir sogar drei am Stück. Das ist natürlich noch länger her. Unter, Legende natürlich, unter Taifun Korkut. In der absolut absurden Taifun-Korkut-Rückrunde hatten wir zum Beispiel am Saisonende vier Siege am Stück. Das war das letzte Mal. Das war dann hier Bremen, Leverkusen, Hoffenheim und Bayern, die wir da alle geschlagen haben. Eben bis zum Spieltag 34. Abschluss ist 4 zu 1 in München. Das war das letzte Mal, wo wir drei Bundesliga-Siege am Stück hatten. Und da waren es sogar vier. So rum. War gerade ein bisschen durcheinander. Mal gucken, ob wir die Statistik quasi wieder rausholen können, wenn wir in Köln gewinnen sollten. Weil dann ist es das erste Mal vier am Stück seit eben dieser absolut vorgewillten Korkut-Rückrunde. Aber auch das immer wichtiger Punkt hier noch hinten mit ranzunehmen, worum es nämlich eigentlich geht natürlich. Wie gesagt, ich bin sofort dabei, irgendwann, wenn es gegen Saisonende geht. Oder wenn es auch bis zur Hinrunde schon so geil weiterläuft, bis zum Hinrundenende. Dann können wir uns auch gerne auf was Höheres hypen. So ein bisschen im Hinterkopf, ohne halt die Fassung zu verlieren oder den Boden zu verlieren. Bodenhaftung zu verlieren. Aktuell sehr wichtig auch. Nach fünf Spieltagen hast du schon elf Punkte und 15 Tore Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und das, das ist extrem, extrem wichtig. Weil, wie gesagt, ich habe es auch schon ein paar Mal angesprochen, das Thema Punkte schon mal ranholen, Puffer holen. Statt eben immer am Ende noch das Feld von hinten aufräumen zu müssen. Das Einzige, was ich ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, negativ fand, was ich hier noch aufgeschrieben habe in meiner Notiz. Wo ich auch mich nicht von frei sprechen kann. Das hatte ich so auch vom Gefühl her. Irgendwann, als dann 2 zu 1 stand und du merkst, dass, ja, da kommt nicht mehr so viel von Darmstadt. Nichts Gefährliches von Darmstadt. Da hattest du schon, finde ich, das Gefühl, vielleicht können mir auch Leute widersprechen, gerne in den Kommentaren, schon das Gefühl im Stadion von wegen, jo, die Mehrheit oder viele im Stadion hier sitzen schon hier oder stehen auch hier und merken, wie gesagt, kann ich mich auch nicht frei von machen. Und stehen halt mit einem Mindset so, jo, 2 zu 1 zu Hause gegen Darmstadt. Das spielen wir jetzt runter, das gewinnen wir. Und so muss das auch. Also wie gesagt, ich habe auch vor dem Spiel gesagt, du musst gegen solche Klubs gewinnen, auch gegen Aufsteiger gewinnen, um drin zu bleiben. Aber ich meine, rein von der Erwartungshaltung, von der Stimmungslage her, fand ich, also Stimmung war trotzdem gut, aber natürlich auch immer rund um die Tore und rund um Abpfiff und sowas wieder komplett euphorisch. Also war auf jeden Fall wieder sehr, sehr geil, das meine ich damit gar nicht. Aber als so ein bisschen halt das vor sich hingeplätschert ist oder man gedacht hat, gemerkt hat, da kommt nicht mehr viel von Darmstadt, wir gewinnen das schon. Da finde ich schon, dass da ein bisschen von Stimmung her oder von der Lage im Stadion, ich sage, kann ich mich auch nicht von frei machen, das Gefühl schon da war von gegen Darmstadt gewinnen wir eh. So, das, was hier passiert, ist gerade Normalität. Wir gewinnen eh gegen Darmstadt, das ist normal. Und ich schaue es mir halt an. Und da finde ich gegen Darmstadt okay, kann passieren. Weil gegen die ist echt vielleicht die Erwartungshaltung da, gegen so Klubs Aufsteiger zu Hause zu gewinnen. Aber da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Jetzt auch wieder Thema Köln, kommt natürlich noch später zu, ein bisschen Vorbericht, sage ich mal, Prognose, wie auch immer. Lage vor Köln, dass man da nicht zu früh reinrückt in so ein Ding von Erwartungshaltung. Und guck mal, es läuft doch so, geil geht es, schlagen wir die halt auch noch. Auch, das fand ich so ein bisschen leicht negativ von dem Stadionerlebnis gegen Darmstadt. Aber wir müssen es auch nicht größer machen, als es ist. Und auch das, sehr krass. Wie gesagt, zwölf Punkte jetzt nach fünf Spielen hatten es vorhin mit dem vierten Sieg erst so spät in der letzten Saison. Und hier auch wieder ein Beispiel oder ein Recap zur letzten Saison. Die Zwölf-Punkte-Marke, ich glaube, es war dann von elf auf 14 durch einen Sieg halt, sind wir von Spieltag 13 auf 14. Also wir haben die zwölf Punkte überschritten an Spieltag 14. Und jetzt haben wir sie nach Spieltag 5. Das ist einfach krass. Und das, was ich auch sehr wichtig finde, weil es ja auch immer ein Thema ist, was wir hatten, von wegen, ja, die Überperformen, und das fängt sich eh wieder ein und so. Und ja, klar, wir werden nicht dauerhaft quasi aus zehn Spielen acht Siege holen oder so. Das kommt auch durch die Gegner irgendwann natürlich. Das schwerer wird, man nicht vielleicht so eine Siegeserie durchführen kann. Aber wir, wie ich finde zumindest, oder wie es statistisch auch hergibt, überperformen wir gar nicht unbedingt. Also wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 1,6 Punkte mehr gehört, als zu erwarten war. Das ist jetzt nicht die Welt. Und ich fand auch jedes Ergebnis bisher war richtig so. Aber die Erwartung oder wir gleichen uns einfach so ein bisschen der Erwartung an, beziehungsweise unseren statistischen Erwartungen, expected points hier zu erwarteten Punkten. Weil, das dürfen wir auch nicht vergessen, haben wir letztes Jahr immer drum geflennt oder ich drüber geflennt. Und auch die Saison schon davor, ich glaube damals, also 2021, 2022 waren es, glaube ich, sieben Punkte, die wir weniger geholt haben, als wir es zu erwarten war, als wir statistisch verdient hätten, wie auch immer, waren es sieben Punkte, was natürlich auch schon einen Riesenunterschied gemacht hätte. Und wir hätten dann nicht so eine Last-Minute-Endo-Rettung vielleicht gebraucht. Und letzte Saison war halt nochmal einer oben drauf. Letzte Saison haben wir 14 Punkte weniger geholt, als zu erwarten war. Nach diesen Statistiken, expected points und so weiter. 14 Punkte. Da wären wir ja so viel früher raus gewesen, also raus aus Abstiegsnöten. Und wenn wir jetzt nur auf die Tabelle schauen, nur auf die Tabelle gucken, expected points, Tabelle, letzte Saison gucken, wären wir da Achter geworden. Achter. Also so von ungefähr kommt es nicht. Man sagt ja auch bei Girasil zum Beispiel, logischerweise auch, weil der gerade überperformt, ob doppelt so viele Tore macht, wie zu erwarten sind, dass es sich da auf Strecke ausgleicht. Und auch so generell bei Statistiken sagt man es immer wieder, ja, auf Strecke oder auf die Saison gerechnet, gleicht es sich an. Und vielleicht tun wir einfach das gerade. Sieben Punkte weniger geholt vor zwei Saisons. Letzte Saison 14 Punkte weniger geholt. Und jetzt holen wir halt vielleicht einfach die Punkte, die auch verdient sind. Weil wir hatten auch viele Spiele, wie gesagt, die Punkte kommen ja nicht von irgendwo, die Statistiken kommen ja nicht von irgendwo, wo mehr drin gewesen wäre, wo wir uns mehr verdient gehabt hätten, Chancenwucher, dies, das. Das haben wir alles besprochen in den letzten Jahren. Und vielleicht, wie gesagt, leicht überperformen bestimmt, weil wir werden jetzt nicht auf Dauer auf Platz 3 hängen, vermutlich normalerweise. Aber so würde ich zumindest mal uns das auf jeden Fall positiv auslegen oder das als normaler auslegen wollen, weil wir halt einfach auch unseren Erwartungen zurückgeblieben sind und die jetzt halt einfach bekommen. Wir bekommen jetzt unsere Punkte. Letzte Saison 14 Punkte weniger bekommen, als zu erwarten war. Und jetzt bekommen wir halt unsere Punkte, die zu erwarten waren. Und vielleicht das ist eine Saison, wo wir unseren Werten uns angleichen im Vergleich zu den letzten zwei Saisons. Und auch sehr schön, also das alles hier natürlich auch gerne nochmal, auch ausführlicher nochmal im Pod Cannstatt anhören. Klare Geschichte. Immer der Hinweis hier, kam schon gestern Mittag, immer Donnerstag 16 Uhr. Und da habe ich natürlich einen Einspieler zu den Daten zu Darmstadt und natürlich auch zu den Daten zu Köln. Sehr gerne da reinhören. Und ein paar Daten von denen, die ich da genannt habe, habe ich natürlich hier auch mit drin gehabt. Und hier als letztes noch ein netter Nebeneffekt, wo man auch immer wieder drauf schaut, ist die ewige Tabelle in der Bundesliga. Bayern auf 1, Dortmund 2, Bremen 3 und wir kommen schon auf Platz 4. 1905 Spiele gemacht. Und wir haben 2.777 Punkte. Und da hat immer Gladbach ein bisschen ran genagt, immer hochgekommen. Aber die hat jetzt gerade einfach einen schlechteren Start haben als wir, einen deutlich schlechteren Start haben als wir. Haben wir da gerade ein bisschen, oder bauen wir da gerade ein bisschen Vorsprung auf. Jetzt ist Gladbach auf Platz 5 und die haben 13 Punkte weniger als wir in der ewigen Tabelle. Also sagen wir es einfach mal jetzt ganz doof. Kann schon ein bisschen ein Saisonziel sein, dass man bis Saisonende auf jeden Fall auch in der ewigen Tabelle noch vor Gladbach bleibt. Kommen wir zur Überkategorie Verein und zum ersten Unterpunkt mit Stuttgart kommt. Das hätte ich auch so ein bisschen mit reinnehmen können in den VfB Darmstadt quasi, weil es auch rund ums Spiel war, nach dem Spiel war. Aber ich habe es hier im Examen mit reingenommen. Weil wunderschöne Szenen, was man hier so gesehen hat und auch das spricht oft genug an, oder sprechen wir generell VfB jetzt oft genug an, was hier möglich ist. Wie, ja, wie ansteckbar die VfB-Fans sind oder wie offen, ich sage mal, für Erfolg und wie euphorisierbar, das war, glaube ich, das Wort, nachdem ich gerade zweimal gesucht habe, wie euphorisierbar wir sind und wie lange wir auch gelitten haben und darauf gewartet haben, auf so einen Saisonstatten, auf so einen Fußball und so weiter und so fort. Hier das Umfeld, alles, die Stimmung und so weiter. Wenn die selbst in Abstiegsnöten immer wieder top war, in so, wie gesagt, letzte Saison vor allem so Highlight-Spiele, Frankfurt, Hamburg und so weiter, absolut sensationell war, absolut überwältigend war, atemberaubend war, auch Dortmund noch und so, dann, ja, merkt man auch gerade an der Grundstimmung, wie ich auch oft sage, aber kann man natürlich auch über den Saisonverlauf dann hinaus noch sehen, was hier möglich ist in diesem Umfeld mit diesen Fans, weil, was ich hier anspreche, ist das Video hier, was, ja, die Runden gemacht hat oder die Videos, die ihre Runden gemacht haben, nach dem Spiel vorm Stadion mit so einem geilen schottischen Typen, der da schön ihr, wenn du mich fragst, der Meister wird, spielt und alle natürlich feiern und abgehen. Es ist schön, es ist einfach schön, es ist einfach ein wohltuendes Video und hier ist so viel möglich, hat man es auch wieder gesehen, das sieht man immer wieder an so Ticketverkäufen und so Geschichten. Ich habe jetzt erst wieder geschaut, für Hoffenheim mal reingeschaut bei den Tickets, selbst obwohl die echt nicht günstig sind, also gerade natürlich in speziellen Kategorien nicht so günstig sind, ähm, sind die gefühlt auch immer sofort schon weg. Also, Hoffenheim mal gucken, ich weiß gar nicht, wann da jetzt, wann die in freien Verkauf gehen würden, aber ich habe echt das Gefühl, dass du aktuell auch für, ich sag mal, halbwegs gute Karten auf jeden Fall Mitglied sein musst, in jedem Spiel, egal welcher Gegner da kommt. So, wir sind so euphorisierbar und da ist so viel, so viel, so viel, ich sag mal, da, wo man als Fan sagt, ja komm, nimm mich einfach mit, spiel gut, hab eine geile Mannschaft und so weiter, nimm mich mit, ich strecke die Hand aus, du musst sie nur nehmen und dann reißen wir hier die Stadien ab Woche für Woche und das ist einfach richtig geil zu sehen, ähm, auch so ein bisschen Übergang fast, äh, mit Stadien abreißen Woche für Woche, weil dafür müssen ja erst, müssen ja erst mal Spiele terminiert werden und natürlich auch, äh, und so weiter und das soll jetzt auch geschehen in der nächsten Woche vermutlich und dann natürlich auch ein sehr großer, äh, Streitpunkt, zu Recht auch ein Streitpunkt, ich glaube, der Grund dafür ist vor allem halt auch der Quatsch mit diesen zwei Pokalspielen da, werde ich nicht verstehen, warum zur Hölle man diesen Kack-Supercup da, den eh schon keine Sau juckt, an das Pokalwochenende reinschleifen muss, spielst halt eine Woche früher und lass die auch ganz normal ihren Pokal spielen, weil so musst du jetzt bis diese Woche warten, bis Leipzig und Bayern ihre komischen ersten Runden da gezockt haben und deswegen zieht es sich, nächste Woche kommen die Termine raus und du konntest jetzt Thema Hoffenheim schon Karten kaufen für Spiele, die noch gar nicht terminiert sind, so, jetzt bei Heimspielen macht es für die meisten nicht so viel Unterschied, glaube ich, auch da gibt es viele, die anreisen müssen, aber gerade für auswärts, gerade für Bahntickets und so weiter, das ist maximal scheiße für jeden Fan, aber soll wohl nächste Woche kommen, die Spieltage 9 bis 13 in der Bundesliga, bedeutet für uns Hoffenheim, 27. bis 29. Jahrzehntel, Heidenheim, Dortmund, Frankfurt und Bremen, also bis, ja, ans 1. Dezember, Wochenende hinein, die nächsten Ansetzungen, wäre auch vielleicht, gut, Ansetzung ist kein guter Übergang, das lasse ich bleiben, Nationalmannschaft, so, einfach nächster Punkt Nationalmannschaft, dazu gibt es auch nichts Akutes, keine richtigen Gerüchte, wie auch immer, aber es gab ja so ein bisschen Aufgerüchtchen, wen so Nagelsmann mal mitnehmen könnte und Chancen geben könnte, vor allem eben für die Nummer 9 da vorne, wenn du da so Namen liest, wegen Kevin Behrens, Davy Selke, Robert Klatzel, dann hat hier auch, in dem Fall Vertikalpass, aber auch viele andere, zu Recht auch gesagt, ey, Chris Führig, Angelo Stiller, Pascal Stenzel, Waldemar Anton, wann mal eine Einladung, ich meine, ob sowas wie Stenzel zum Beispiel, kann man, glaube ich, vergessen, ich glaube, sowas passiert nicht, weil das coolste der Welt wäre, Stenzel im Nationaltrikot, aber so jemand wie ein Stiller oder so, hat halt zu 100% eine Daseinsberechtigung im Gespräch darum, wer da gerade in der Nationalmannschaft mal seine Chance bekommen könnte im erweiterten Kader, weil der Mann Anton auch zu 100% führe ich, ja, ist schwierig, das ist schon einiges offensiv, aber warum denn nicht, also wir haben da tatsächlich echt ein paar Kandidaten, wie wir es so üblich kennen, jetzt bis auf dieses eine Ding da mit Wagnoman mal, der natürlich auch Kandidat ist, grundsätzlich dann dadurch, glaube ich, aber eben noch verletzt ist und da wahrscheinlich jetzt erstmal nicht interessant ist, solange er nicht wieder in Topform kommt, aber da haben wir, glaube ich, nicht zu Unrecht vielleicht ein paar Namen im Kopf, die man sich mal angucken könnte, aber wie gesagt, wie wir es normalerweise kennen, aus der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft fällt der Blick nicht unbedingt auf uns, Thema Nationalmannschaft, können wir uns hier einen guten Übergang herstellen, nämlich zu Jong, der aktuell beim Asia Cup spielt, auch nur ganz, ganz kurz die Meldung hier, die gewinnen fröhlich weiter, sind jetzt auch weitergekommen, spielen jetzt bald ihr Viertelfinale, ich glaube, es war noch nicht, nee, ja, genau, Sonntag, also war noch nicht, aber da sieht es auf jeden Fall gut aus, hohes Sieg, jetzt geht es gegen China am Sonntag im Viertelfinale und deswegen einfach weiter Daumen drücken, Jong anfeuern, sage ich mal, aus der Ferne, weil er natürlich auch da erfolgreich sein sollte, um seinen Militärdienst zu umgehen. Raoul Paula ist einer, wo kurz ein Gerücht aufkam und das jetzt wahrscheinlich halt auch nicht mehr von ungefähr kommt, solche Gerüchte, weil der Kollege zerlegt gerade alles in seiner Regionalliga. 19 Jahre alt, neun Spiele, sechs Tore, eine Vorlage in der Regionalliga Südwest, in der vierten Liga und da kam es ein Artikel auf, dass Brighton und Liverpool Interesse haben sollen und sich den zumindest mal angucken. Und das sind Klubs, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass die ein Auge dafür haben dürften. Also gerade Brighton macht ja wirklich extrem viel richtig, was gerade junge Talente und so weiter angeht und wenn Liverpool auf sich draufschaut, ist das immer ein Stempel auch irgendwo. Und gerade Brighton, auch bei uns Thema, Brighton kommt immer wieder auf, weil der Höhn ist ja irgendwann mal hospitiert hat bei denen und auch bei uns so ein bisschen Parallelen sieht zum Brighton-Spielstil. Also bin ich mal gespannt drauf und auf jeden Fall einer, da hat auch, glaube ich, ein Testspieler auch schon mal schön getroffen, auf den man achten sollte, dass man den hält und nicht früher ziehen lässt oder ziehen lassen muss zu so Klubs wie Brighton oder Liverpool. Aydonis, den hat man ziehen lassen im Sommer, Vertrag nicht verlängert. Aris Tesaloniki war er und da ist es einfach auch schon nach drei Monaten vorbei. Also ganz wilde Nummer, wieder vereinslos der Kollege, aber wollte ich kurz mitnehmen die Meldung hier. Porsche vs. Winamax, auch noch ein Punkt hier im Überpunkt, über Thema Verein. Da hat man auch schon ein paar Mal, deswegen nicht tiefer drauf eingehen. Porsche, dass die Kritik am VfB-Deal mit den Wettanbietern haben, ist nichts Neues. Auch hier Zitat, hat uns nicht gefallen. Und da hat auch einer eigentlich ganz frech geschrieben, dann hätte Porsche halt auch gleich auf die Brust gehen können. Und sind wir ganz ehrlich, hätten sie auch machen können. So einfach ist es nicht, so ein bisschen naiv so zu denken natürlich. Aber ey, wenn sie eh bei uns drin sind, wenn sie eh sagen, ey, wir wollen auch andere große Marken haben und ey, wir machen hier was, Weltmarkenbündnis und kommt doch auch hier, ihr regionalen Sponsoren und so weiter. Dann hättet ihr auch einfach selber aufs Trikot gehen können, so ganz doof gesagt. Und natürlich letzter Punkt oder was dadurch auf jeden Fall auch klar durchkommt, Porsche wird hier nicht einfach 100 Millionen reinwerfen und ja, mal gucken, was wir so machen. So oft wie das jetzt auch schon aufkam mit Porsche, gefällt es nicht. Ich meine, der Deal schwebt ja immer noch. Also ich bin ja immer noch einer aus der Garde, die sagt, der passiert, der Deal, zieht sich halt, hätte natürlich auch schon gerne viel länger schon durch sein dürfen, das Ding offiziell. Aber ich bin keiner, der sagt, dass es noch scheitert wegen irgendwas. Hier die Themen von Porsche will voglich und so Geschichten. Aber es ist sehr offen, wie Porsche damit umgeht, dass sie da keinen Bock drauf haben auf den Trikotanbieter oder Trikotsponsor von uns. Deswegen kann man vielleicht auch da schon ein bisschen vorhersehen, dass Porsche nicht unbedingt ruhig sein wird, vielleicht oder auf jeden Fall auch, ja, vielleicht auch ein bisschen Einfluss haben will eben für das oder ein bisschen Mitsprachrecht, wie auch immer, oder ein bisschen sich einfach äußern will für das, was sie da reinschmeißen eben in den Verein. Und auch da schöne Übergang, weil Winemex wollen ja viele auf dem Trikot nicht sehen und sowas, haben wir auch schon tausend mal besprochen. Frauen-Trikot. Letzter Punkt hier in dem Überthema Verein. Das Frauen-Trikot, wo ja Allianz draufsteht bei den VfB-Frauen, aber eben sonst Design und sowas natürlich alles genau gleich ist. Das wird es auch bald geben sogar zum Kauf für die Fans. Trikots der VfB-Frauen sind ab sofort und nur im stationären VfB-Fanshop in der Mercedes-Straße erhältlich. Das heißt, da können vielleicht manche Leute einfach gar keinen Bock haben auf Winemex drauf eben doch sich ein VfB-Trikot kaufen mit einem, ja, Sponsor, den sie dann in dem Fall für besser halten, wie auch immer, auf jeden Fall Allianz drauf, statt eben Winemex. Der nächste Punkt ist Mislintat-Drama, auch den wir jetzt gar nicht größer machen, weil er ist nicht mehr bei uns, aber es ist noch die Connection da einfach zu uns und viele Fans, das heißt, hängen noch an ihm oder haben noch gute Meinungen zu ihm, andere haben eine komplett schlechte Meinung zu ihm. Das ist immer noch ein Streitthema oder ein Thema zumindest beim VfB, die Personalie Sven Mislintat und geht ja auch so ein bisschen um uns, eben, ne, hatte ich im anderen Video schon angesprochen, deswegen hier auch nicht mehr länger darauf eingehend, quasi mit dem Sosa-Transfer zu ihm rüber und hier Anteilnahme am Transfer durch irgendwelche Firmen, wo er Anteilseigner ist, dies, das, Berateragenturen, die Spieler ändern sollen, damit sie, bevor sie einen Wechsel tätigen und sowas, also alles sehr, sehr shady, was man so liest und wenn das so rauskommt, dann ist es natürlich auch wirklich maximal shady und hier auch nochmal Sosa hat sich geäußert gehabt, bei meinem Wechsel war es am Ende ganz einfach, als ich Sven Mislintat bei mir gemeldet habe, habe ich ihm gesagt, dass er Arthur Beck anrufen soll, er hatte das Mandat für einen Wechsel und mittlerweile, das war ja letztes Mal, glaube ich, noch nicht so weit, ist Mislintat entlassen. Mislintat wurde entlassen, nach drei Monaten oder so war das jetzt bei Ajax Amsterdam, Grund dafür soll eben auch das Fehlen von breiter oder Mangel an breiter Unterstützung innerhalb von Ajax Amsterdam sein und so wirkt es auch und klar, Spieler liken auch manchmal irgendwie blind irgendwelche Posts, aber wenn man auch da sieht, der Ajax-Post auf Instagram, wo Sam Giet das Mislintat entlassen wurde, haben einige, einige auch große Spieler oder auch mittlerweile auch schon Ex-Spieler von Ajax Amsterdam geliked, also das zeigt ein bisschen ein klares Bild und vielleicht auch, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, ich mag den weiterhin, gerade auch menschlich und wie er seine Aussagen getätigt hat und Identifikation mit dem Verein und so weiter und auch seine Transfers, werde ich immer im Großen und Ganzen viel positiver sehen als die zwei, drei, vier Negativen oder sowas, die kleineren Negativen, habe ich auch schon in Analysevideos länger, länger erzählt und so weiter, also ich habe mich halt immer noch gut in Erinnerung und gut im Kopf, mag den immer noch vom Grundsatz her, aber vielleicht ist nicht der erste Klub, Dortmund, Arsenal, jetzt Ajax, vielleicht eher einer, der ein bisschen im Hintergrund, ne, Scout, da einer der Besten sein sollte, aber vielleicht als Sportfunktion ein bisschen schwierig ist, weil er wirklich seine Macken hat, was man ja auch oft liest von wegen, quasi sein Weg oder kein anderer und lässt sich nicht groß reinreden und er will seine Transfers haben und sowas und Mitspracherecht, bei uns hat er ja auch wohl eine ziemlich starke Veto-Klausel und sowas im Vertrag gehabt, deswegen vielleicht auch wirklich er selbst auch kein einfacher, natürlich auch da in jeweiligen Fällen, auch bei Dortmund war es, glaube ich, mit Tuchel, wo es Probleme gab, Arsenal war da generell in einer schwierigen Phase und Wenger dann, ja, kurz vorm Ende seiner Zeit bei Arsenal und bei Ajax Amsterdam, muss man ja aktuell auch sagen, da ist ja so oder so alles komplett am Abfackeln dort. Letzte Saison schon nicht gut gefinisht, letzte Saison schon nur jetzt in der Euroleague, schon in der Champions League, was ja für die schon ein Riesending ist, Ajax ein Verein, der eigentlich, ja, die Eredevise, die Niederländische Liga gewinnen sollte, kam da schon viel Kritik auf, dann holst du damit ein bisschen halt ein, der eben nicht einer von denen ist quasi, das ist auch so ein großes Thema da drüben, dass eben keine Ajax-Legende ist, kein Ex-Ajax-Spieler ist, whatever Funktionär ist, das heißt, er kam eh schon unter Spannung und dann eben auch wieder viele, viele wichtige Spieler abgegeben, natürlich auch viel Geld ausgegeben für neue Spieler und dafür auch der große Unterschied zu uns vielleicht auch, auch bei uns waren manche geduldiger und manche weniger geduldig, aber gerade bei sowas wie Ajax, die aus so einer Saison kommen, kannst du jetzt halt nicht kommen, ich sag mal, mit einem Talentweg und Leute holen, wo die halt von Ajax draufschauen und sagen, äh, kennen wir nicht, wen holt denn der da, statt halt irgendwelche namhaften Spieler zu holen beispielsweise oder eben auch eigene Jugend, so ein Thema bei Ajax, die ist ja auch immer sehr, sehr groß und sehr, sehr talentiert und sehr, sehr gute Jugend für Ajax, die eigenen Spieler hochzuziehen, aber was ich damit sagen will, vielleicht kannst du den Talentweg eben bei Ajax auch vielleicht ein bisschen schwieriger kommunizieren oder verständlich machen oder, ja, akzeptiert bekommen, sag ich mal, als vielleicht bei uns, bei uns kannst du vielleicht sagen, ne, beste Beispiele war ja ein Ahamada, ein Mio, der erst reingeführt wurde, nach zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren richtig reingestaltet ist, sowas geht bei Ajax halt nicht, die müssen sofort zünden, scheiß Saisonstart, letzte Saison schon, ja, unter den Erwartungen geblieben, nur Europa League, keine Champions League, wie gesagt, das heißt, die Saison sollte von Beginn an funktionieren, tut sie halt nicht, dann beef noch mit dem Trainer irgendwie mit, ja, da Probleme gehabt, wie so berichtet wurde, dass, ja, die sich nicht so ganz klar wurden mit den Leuten, die man geholt hat und so Geschichten, ähm, da hast du eben nicht mal die anderthalb Jahre Zeit auf ein Mio zu warten, beispielsweise, äh, bei Ajax Amsterdam, als man es vielleicht bei uns hätte, ne, und generell muss man ja auch da erstmal abwarten in Sachen Kader oder sowas, ähm, weil jetzt waren es ein paar Wochen, ein paar Spiele in der Liga, einen Kader kannst du erst später oder zu einem späteren Zeitpunkt wirklich abschließend, äh, bewerten, gerade eben talentierten Kader, dann auch nochmal vielleicht auf ein Loch längere Strecke gesehen, ähm, bewerten, bis halt vielleicht ein paar Leute ein bisschen länger, äh, Zeit brauchen reinzukommen, manche eben schon schneller einschlagen, deswegen, das war jetzt keine Überraschung mehr, glaube ich, bei Ajax Amsterdam, ohne da jetzt komplett tief drin zu sein, aber, ähm, ich würde es jetzt auch, ohne jetzt irgendwie zu sagen, beziehungsweise hätte da jetzt keine Fehler gemacht oder sowas, oder der Kader wäre, wäre doch geil oder sowas, oder der Trainer ist nur alleine schuld, da wird, da hat jeder sein, sein Ding mit drin, so wie es aussieht, ähm, aber ich glaube, da kann man schon so ein bisschen das Wort Bauernopfer vielleicht auch nehmen, wie gesagt, ich bin ein bisschen halt auch gut, gut, äh, ja, gut auf ihn zu sprechen, sag ich mal, deswegen vielleicht auch da ein bisschen wohlwollend von mir, ähm, aber kann man, ich glaube, echt schon den Begriff Bauernopfer ein bisschen in den Mund nehmen, ähm, ähm, weil, ja, Trainer wollen auch viele weghaben, der ist noch nicht geflogen, das ist der eine, der jetzt keine Ajax-DNA hat, sag ich mal, doof gesagt, oder keine holländische DNA hat, wie auch immer, den haben sie jetzt rausgeschmissen, weil er eh schon, wie sie da sagen, eh schon im Verein, äh, nicht so viel auf ihn Bock hatten, noch nicht so viel Vertrauensbasis da war, das ist natürlich, wenn man jetzt natürlich handeln muss, nach so einem Saisonstart, nach so einer Klatsche, auch im wichtigen, spickigen Feyenoord war es, glaube ich, ne, ähm, dann ist natürlich der, der Easy-Pick, der Nummer-Eins-Pick, um den erstmal rauszuwerfen, mal gucken, wie es mit dem Trainer aussieht in den nächsten Wochen, generell, wie es mit dem Verein weitergeht, ähm, sehr, sehr wilde Nummer und auch sehr, sehr wilde Nummer, weil darum geht es ja auch, das war wohl kein Grund für seine Entlassung bei Ajax Amsterdam, wie es auch Ajax selber geschrieben hat, in ihrer Meldung auf der Website und so weiter, ähm, aber natürlich das Thema Gutachten, das Thema Beteiligung an Transfers und so weiter und hier hat jetzt einfach, ähm, ja, einer rausgehauen, laut ihm oder laut seiner Aussage gäbe es WhatsApp-Nachrichten, wonach Spieler einen Transfer zu Ajax nur mit einem Wechsel der Berateragentur hin zu AKA, ja, wahrscheinlich AKA, Global hätten vollziehen können und das eben genau so was, ähm, hier AKA hat, äh, einen 3-Prozent-Anteil an der Datenfirma Matchmetrics und eben an dieser Datenfirma Matchmetrics, ähm, ist Missentat mit 35% beteiligt, das heißt, du hast da eben Connections, der Sosa-Transfer wurde von AKA begleitet, der 8-Millionen-Transfer, wenn das, also das sind natürlich krasse Vorwürfe und wenn die halt stimmen, dann ist das schon sehr, wie gesagt, sehr shady, schon sehr, sehr komisch, alles, äh, sehr, sehr, ja, dann, wenn es so rauskommt, auch sehr verwerflich, wenn es wirklich so ist, dass du zu Ajax nur wechseln konntest, wenn du dann gerade zu der Agentur, Berateragentur wechseln, äh, musst, die mit einem Misslint hat, äh, ja, Matchmetrics-Ding zusammenhängt, dann kannst du da auf jeden Fall ein krasses Fass aufmachen, bin mal gespannt, was da jetzt alles bei rumkommt, ich glaube beim VfB erst mal die Meldung, dass sie natürlich auch, äh, jetzt hier, äh, gut achten und so weiter machen, aber der VfB zumindest mal da durch, bei, durch Transfers keinen finanziellen Schaden genommen haben soll, also das klingt beim VfB jetzt nicht so krass, ähm, wie jetzt hier bei Ajax, deswegen, bleibt echt abzuwarten, das Ding mit der WhatsApp-Nachricht hier ist natürlich eine krasse, äh, eine krasse Geschichte, weiter gilt die Unschuldsvermutung, ist ja auch ganz klar, äh, vollständigkeitshalber quasi gesagt, äh, deswegen, weitere Untersuchungen, äh, muss man da abwarten, auf jeden Fall, sehr, sehr krass, jetzt sind wir mal gespannt, wie, ja, wie es für Missel weitergeht, wo es hingeht, wer ihn jetzt aktuell nimmt, weil, da muss man eh abwarten, Untersuchungen, weil, wenn da sowas rauskommt, dann ist der Ruf eh erst mal komplett am Arsch wahrscheinlich, ähm, aber das wird auf jeden Fall interessant, äh, wie die Karriere von ihm dann weitergeht, da ist es sicher auch anders vorgestellt, äh, bei Ajax Amsterdam, seine Zeit dort, und natürlich Ajax Amsterdam generell gerade komplett am Brennen, da haben sich, glaube ich, auch alle, äh, einen anderen Saison-Stadt vorgestellt. Gira C-Klausel, der nächste Punkt, und der Punkt, der auf den ersten, ähm, ja, auf den ersten Blick, auch extrem wehtat, direkt als die Meldung kam, von der Bildursprünge, mittlerweile auch von Sky bestätigt, ich glaube, SCL und so weiter auch, ähm, also, die decken sich zumindest, die, die Infos, natürlich vom VfB, offiziell nicht bestätigt, ne, ist ja auch ganz klar, die melden sich zu sowas nicht, ähm, aber Fanliebling, auch da fand ich es sehr, sehr geil, äh, den, den Fangesang zu Gerasi, äh, gegen Darmstadt, hat sehr, sehr Bock gemacht im Stadion, ähm, zu Gerasi kamen auch schon, ähm, paar leichte Gerüchte auf, dass jetzt zum Beispiel Juventus ihn beobachten solle, ähm, Ajax Amsterdam auch, ähm, vermutlich auch schon für den Winter und sowas, also seit Gerüchte aufkommen, ist ganz klar, aber wir haben jetzt Ende September, so, sollen sie mich mal in Ruhe lassen, erst mal bis, bis irgendwann in Dezember, Januar hinein dann, ähm, ähm, aber eben gesagt, Bild enthüllt Ausstiegsklausel, Gerasi soll eben eine Ausstiegsklausel haben, im nächsten Sommer für 20 Millionen Euro. Diesen Sommer hat man schon eine, die einen Zeitpunkt hatte, an dem sie abgelaufen ist, was sie dann auch getan hat, äh, wo Gerasi ja wohl auch, ne, viele Angebote abgelehnt hat und auch bleiben wollte, ähm, und, ja, die war bei wohl bei, also das hieß auch immer 15 bis 20 Millionen, jetzt haben sich immer mehr auf die 15 Millionen eher, ähm, festgelegt, das heißt, da waren es zu 15 und nächsten Sommer 20. So wie es geschrieben wird von der Bild, heißt es also, im Winter, frei verhandelbar und ab Sommer, im Sommer, oder ne, ab ist auch wahrscheinlich das falsche Wort, die schreiben, im Sommer, ähm, 20 Millionen grob, die Ausstiegsklausel für Gerasi, was natürlich nicht das Riesengeld ist und was natürlich sehr wehtun würde und was einige Probleme natürlich aufwirft, ähm, generell natürlich ist wieder die Frage bei, bei, bei dieser Klausel, hat auch die wieder ein Ablaufdatum, also hört die auch irgendwie schon, äh, Mitte vom Transferfenster quasi auf irgendwann, ähm, ist die an Bedingungen geknüpft, ne, keine Ahnung, an Klubs geknüpft, keine Ahnung, ne, so Geschichte, also, an Klubs, ich meine, jetzt nicht unbedingt spezifisch an, wirklich ein Verein oder irgendwie, Barcelona darf die ziehen, das meine ich damit nicht, sondern irgendwie, dass man, dass man da auch vielleicht, eine Art Gentleman's Agreement hat, von wegen, ja, die Klausel können Klubs ziehen, die europäisch spielen, was weiß ich, es gibt da ganz, ganz wilde Konstellationen da, auch hier, SDR, der Podcast, hat zumindest auch nicht, ja, so gestaffelte Ausstiegsklauseln, ähm, auch nichts Ungewöhnliches sein, haben sie geschrieben, ähm, eine Info, mit sehr viel Vorsicht, äh, zu, zu betrachten, aber ich nehme sie der Vollständigkeit mit rein, von Twitter hat einer geschrieben, ähm, exklusive News, Günter Schäfer hat mir beim Bild-Event im Sonja-März bestätigt, dass wir uns keine Sorgen bezüglich einer 20 Millionen Ausstiegsklausel machen, müssen, Twitter, ne, Twitter, aufpassen, hieran muss absolut nichts stimmen, ähm, Sonja-März wohl auch irgendwie halt ein Zelt auf dem Vasen, ähm, Gitter Schäfer, ne, ist ja klar bekannt vom VfB, ähm, und ich nehme es nur mit, vielleicht als leichte, als leichter Hoffnungsmacher oder so, dass man sich beim VfB drum kümmert, oder wie auch immer, weil, ja, eigentlich, nicht, nicht geil, ne, Twitter-Insider, exklusive News, aber ich wollte es, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht als leichten Hoffnungsschimmer, äh, mit reinnehmen, ähm, und da kommen wir auch direkt schon zu dem, was das auch vielleicht ein bisschen machen kann, den leichten Hoffnungsschimmer, denn, ja, recht prompt danach, ne, ein paar Tage danach, ähm, kam auch schon die Meldung von der Bild, dass der VfB, Gerasi, die Ausstiegsklausel abkaufen will, weil der, die Möglichkeit gibt es ja auch, du kannst, irgendwie, ja, halt den Vertrag ändern nochmal, Vertrag verlängern, oder eben gleich bleiben beim Vertrag von länger her, ähm, ähm, aber eben Details ändern, und da musst du natürlich so eine Klausel abkaufen, weil es wird wahrscheinlich nicht kostenlos hergeben, das Ding, ähm, ist ja auch irgendwo für ihn so ein bisschen, kann man später noch zu sprechen drauf, so ein bisschen bewertend, aber auch für ihn natürlich so ein bisschen einfach ein Ausweg, jetzt ohne das Wort Ausweg da so dramatisch nehmen zu wollen, aber eben ein Ausweg für ihn, dass er weiß, wenn ich hier weiter geil kicke, ähm, dann habe ich hier eine Klausel drin schon mit 20 Millionen, die auf jeden Fall jemand zieht, äh, für das, was ich gerade liefere, dass man nicht, dass er einen Ausweg hat, auf jeden Fall einen Karriereweg, schon mal vorgeplant hätte, mit der Klausel eben, äh, für sich selbst, ähm, bekommt wohl so 3,5 Millionen im Jahr, kam dann noch gleichzeitig im Artikel mit dazu, ähm, und da überlegt man sich, ähm, beim VfB wohl, ob man ihm eben das Ding abkaufen kann, oder eben gleichzeitig dann, ähm, ja, einfach ausreden kann, die rausschreiben kann, diese Klausel, wenn man ihm ein bisschen mehr, äh, Gehalt noch gibt, plus eben natürlich so Geschichten wie Handgeld, oder eben, ja, hier, boah, Signing on fields, hätte mir keine Übersetzung nicht ein, aber halt, ja, das Geld, was du auf die Hand bekommst, dass du einen Vertrag unterschrieben hast, ne, so Vertragsbonus, wie auch immer, ähm, und das hängt wohl auch so ein bisschen mit dem Thema, ähm, Porsche zusammen, ne, Porsche-Deal und Gerasil sogar vom VfB stark miteinander verknüpft, der VfB möchte mit den Porsche-Millionen die Klausel abkaufen, Porsche denkt unter anderem darüber nach, Gerasil zum Botschafter der Sportwagenmarke zu machen, auch das Quelle Bild, ähm, und das wäre auch eine ganz wilde Nummer, aber natürlich auch eine clevere Nummer, weil da habe ich auch in der Insta-Story, glaube ich, dann drin geschrieben gehabt, ähm, dass für uns gut wäre ja nur, weil Winter will ich nicht abgeben, kommen wir auch gleich nochmal dazu, ähm, gut wäre ja nur, wenn der im Sommer wieder auslaufen würde, oder die auslaufen lassen würde, wenn man dann irgendwann frei verhandeln könnte, oder eben, man kauft sie ab, und das ist wohl tatsächlich schon, ja, eine Überlegung in der Mache, wie auch immer, ich wäre auf jeden Fall, ähm, absolut, äh, dafür, dass man versucht, natürlich nicht, nicht mit Ungeld, ne, also wir dürfen jetzt nicht anfangen, irgendwie komplett zu übertreiben, oder irgendwelche, keine Ahnung, ja, Rahmen, Rahmen, die wir in Sachen Gehalten, so Geschichten haben, oder in Sachen Verdienste für Spieler, und so Geschichten, ähm, dürfen nicht anfangen, sowas zu sprengen, aber, ich sage, in einem Rahmen würde ich, auf jeden Fall, bin ich sehr zugeneigt, äh, dass wir da versuchen, ihm das Ding abzukaufen, ähm, und Gerasi war es auch erst im Interview, ähm, auch bei der Bild tatsächlich, ähm, mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden, ähm, ähm, da natürlich grundsätzlich geiler Satz, ähm, und ich gehe da auch mit, kommen wir jetzt gleich dann dazu, ähm, ein bisschen zur Bewertung davon, im generellen, äh, Thema Gerasi, ähm, äh, 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 wichtiges Wort auch hier, vor allem leider im Fußball, ein wichtiges Wort hier, mein Ziel ist es, der Zeit, ne, wer war es damals, ich glaube, Kovac, stand jetzt, bleibe ich, ne, also auch das, nicht auf die Goldwaage legen, so eine Aussage, aber, ähm, ich glaube zumindest auch, oder nehme ihm diese Aussage auch auf jeden Fall ab, weil ich glaube zumindest, dass Gerasi von sich selbst aus, die Saison auf jeden Fall komplett bei uns macht, irgendwas in mir sagt es, irgendwie gibt mir, gibt mir der das Gefühl, dass es so kommt, dass er bis zum Sommer bleibt auf jeden Fall, und nicht schon im Winter abzieht, ähm, die einzige Frage ist da halt eben, zum Thema im Winter abziehen, ob der VfB, äh, doof gesagt, ihn dazu bringt, übertrieben gesagt, äh, dass er im Winter abzieht, weil, wenn die Klausel da ist, und wenn du, wie gesagt, können wir uns ja ein bisschen Hoffnung machen, Thema, ähm, Thema Klausel rauskaufen, ne, und so weiter, äh, aber wenn die eben drin sein sollte, im nächsten Sommer, diese 20-Millionen-Klausel, ähm, dann kriegst du natürlich im Winter viel mehr, weil du frei verhandeln kannst, im Normalfall, ne, das heißt, dann sagst du vielleicht als VfB selbst auch, ey, geil, der hat eh schon so viele Hütten gemacht für uns, ähm, geht man halt im Winter ab, wir sind eh schon rechtssicher, und kassieren lieber noch mehr Geld, als ihn im Sommer für weniger ziehen zu lassen, ich, wie gesagt, hab auch schon mal gesagt, ähm, würd's nicht machen, mitten in der Saison, dann ist noch ein Afrika Cup, dann im Januar, also ich würde ihn nicht abgeben im Winter, selbst wenn die Klausel im Sommer bei den 20 Millionen ist, glaube ich, glaub, ob es ist wichtiger, dass er eine gesamte Saison da ist, ähm, und wie gesagt, mach ich mir auch da vielleicht ein bisschen im Hinterkopf die leichte Hoffnung, dass man sie eben abkaufen könnte, oder, wenn man das nicht kann, dass sie vielleicht auch wieder irgendwann abläuft, und man dann im Sommer halt doch vielleicht auch irgendwie frei verhandeln kann, also vielleicht die Resthoffnung auch noch bei mir im Hinterkopf, aber ich würde ihn im Winter noch nicht ziehen lassen, auch wenn es vielleicht heißen würde, dass man dafür noch mehr Kohle bekommt, ähm, noch da oft angesprochen worden von Leuten auch, dass er wohl beim selben Berater, selben Agentur, wie auch immer ist, wie auch ein Kolomuani, der natürlich auch schön dick gestreikt hat, jetzt zu PSG, und halt sehr, ja, sehr unrühmliches Ende hatte, aber da muss ich, glaube ich, auch sagen, ähm, dass ich das bei einem Gerasi, glaube ich, nicht mehr so wirklich glaub, der ist viel, viel älter, 27 Jahre alt, ich glaube, allein deswegen schon lässt der Mann sich nicht mehr so wirklich, äh, Flausen in den Kopf setzen, wie jetzt eben zum Beispiel, einen, äh, Moani im Vergleich, so ein junger Spieler, ähm, und ja, ich glaube, der Mann weiß, was er will, ich glaube, der Mann weiß, was er hier hat, Leaderrolle hat er bei uns, äh, wie gesagt, auch im Sommer hat er schon, äh, Angebote abgelehnt, immer wieder die Aussagen, dass er sich mit dem Karriereweg, äh, zufrieden ist, Familie ist jetzt hier fest verwurzelt, alle finden es super und so, gerade in seinen aktuellen, Topform, wahrscheinlich in der besten Form seines Lebens auf jeden Fall, oder seiner Karriere auf jeden Fall, ähm, deswegen würde ich zumindest sowas ausschließen, dass Gerasi da irgendwie irgendwelche dummen, dummen Nummern abzieht, äh, was, was irgendwie den Abgang dann angeht, ähm, ähm, aber natürlich auch gleichermaßen dann natürlich ein bisschen schade, aber wie gesagt, wohl nichts, oder sehr wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, so gestaffelte, äh, Ausstiegsklauseln, und vielleicht müssen wir auch da sagen, ähm, dass man ihn vielleicht auch nur deswegen hat halten können, ne, Thema Anschlussvertrag, äh, nach Leihe und Kaufoptionen, ähm, dass man ihm vielleicht diese Zugeständnisse eben hat machen müssen, mit den Ausstiegsklauseln, damit er eben kommt, sonst wäre er vielleicht im Sommer ja auch schon gar nicht gekommen, oder wäre direkt schon wieder gegangen, keine Ahnung, ähm, vielleicht auch das einfach ein Thema, ähm, aber natürlich gleichermaßen dann dadurch ein bisschen schade, weil wir waren ja alle, ich ja auch, mich eingeschlossen, im Sommer richtig gehypt, als irgendwann hieß, so, die Klausel läuft hier ab, und dann auch irgendwann hieß, so, die Klausel ist abgelaufen, das dachte man, boah, geil, jetzt haben wir diesen scheiß Klauselkack bei ihm vorbei, nix gibt's, nächsten Sommer, genau, dasselbe, äh, Thema, ähm, nochmal, ähm, und Thema Ablösesumme, ich glaube, da müssen wir uns auch jetzt nicht komplett übertreiben, wenn ich irgendwie 80 Millionen lese, natürlich komplett übertrieben, ähm, so Spieler wie ein Allaire zum Beispiel, der von Frankfurt zu West Ham ist, der war, ich glaube, auch noch nicht 27, aber auch schon ein Tacken älter zumindest, als ein Moani zum Beispiel, also ich glaube, so 40 Millionen bis 50 Millionen wären halt wirklich drin, bei einem Gerasi, das ist die Frage, ob schon im Winter oder eben vor allem nächsten Sommer, natürlich auch das immer daran gekettet, ähm, daran gebunden, dass er, äh, weiterhin so stark trifft, weiterhin so eine Top-Saison durchspielt, ne, das ist auch immer die, die Voraus, äh, Vorausgabe, weil wenn der jetzt auf einmal, ja, bei seinen 10 Saisontouren bleibt, kein Tor mehr macht, dann können wir auch über das Thema Ablösesumme, äh, ja, quasi schweigen fast, und dann sind 20 Millionen wieder, äh, irgendwo im Rahmen dann fast, äh, aber aktuell, so wie es bei dem läuft, kann man da echt deutlich, deutlich mehr rausholen, also hoffe ich einfach mal sehr, dass man vielleicht wirklich irgendwie so eine Nummer ziehen kann, von wegen, ähm, man, man kauft dem das Ding raus, oder halt, man irgendwie den Weg findet, dass man im Winter, wie gesagt, da hoffe ich es noch nicht, und glaube ich auch noch nicht, dass er geht, aber dann, wie gesagt, auch im Sommer eben, in irgendeiner Form, wie immer man es hinbekommt, ähm, frei verhandeln kann, über eine mögliche Ablösesumme, weil wenn er weiter so netzt, und der Winter bleibt, dann ist es aber natürlich extrem, extrem spannend, müssen wir uns auch nichts vorlügen, dann ist er da halt voraussichtlich weg, weil dann ist er ja auch, weiß ich, wann der 28 wird, aber so langsam ist eben auch der, der Step dann da, wo er sagt, jetzt brauche ich auch diesen einen, großen Vertrag noch, weil, ne, äh, irgendwann wird es auch nicht jünger, deswegen wird er auch da wahrscheinlich dann, seinen Weg gehen, außer natürlich, wir könnten ihn mit irgendwas Krassem locken, vielleicht, wenn wir in die Europa League kommen, überraschenderweise, vielleicht kann man dann, ihn dadurch irgendwie locken, äh, aber im Normalfall, wenn der so weiter durchzockt, so weiter trifft, dann ist er, nach meiner Prognose aktuell, im Sommer weg, und dann müssen wir auf jeden Fall mal hoffen, dass er, dass wir, ja, ein bisschen mehr als nur die 20 Millionen bekommen, äh, und den Gerasie-Punkt, äh, der auch hier wirklich viel wird durcheinander, war tut mir leid, aber natürlich auch gerne, eure Meinung zu Gerasie und so weiter, in die Kommentare, äh, den Gerasie-Punkt, ähm, schließe ich hier ab, natürlich mit dem Thema, dass wir es aktuell einfach genießen sollten, genießen, 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 solange der Mann trifft, wie er will, ähm, und sein Zitat hier auch noch aus dem Interview, wir haben ein gutes Team, einen guten Trainer, und unglaubliche Fans, dazu fühlen wir uns als Familie in Stuttgart sehr wohl, deshalb habe ich mich dazu entschieden, beim VfB zu bleiben. Ähm, dann kommen wir natürlich noch zu 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart, ähm, morgen Mittag, ähm, in Kölle, ähm, ich werde nicht in Köln sein, kann ich schon mal von Beginn an sagen, hatte ich ja ein bisschen Aufrufe gemacht und gesucht, aber ich noch irgendwie an Karten kam, weil ich an, im Mittlerverkauf von VfB diesmal leer ausgegangen bin, für Köln, ähm, auch da muss ich echt sagen, gerade auch für Twitter und so, also wie viele auch da retweetet haben, geliked haben, ähm, Instagram DMs habe ich einige bekommen, die mir irgendwie Kleinanzeigen geschickt haben, auch auf Twitter mal noch Nachrichten bekommen, dass man Tickets hätte und so Geschichten, also vielen, vielen Dank, ist echt krass, ähm, ja, was sich da alles bewegt hat, wer da alles auch mit versucht hat, dass ich irgendwie an Karten kommen könnte, es kam aber wirklich lange, lange Zeit einfach nichts Passendes, ähm, jetzt dann irgendwann mittlerweile, da bin ich auch irgendwo selbst schuld, wenn man es so sehen will, sage ich mal, weil ich wollte mit einem Kollegen hin, das heißt auch Einzelkarten und so, wäre auch einfach, das wäre arschig gewesen, weil allein zu gehen ist dann auch frech, bei einem Kollegen hin, ähm, plus wir wollten eben mit der Bahn anreisen, gleichermaßen, um mich da vielleicht ein bisschen auch aus der, aus der Linie zu nehmen, von wegen, fahr doch Bus oder fahr doch Auswärtsbus mit, oder fahr doch Auto, ich brauche halt auch arbeitsmäßig nach dem Spiel dann, irgendwo sicher Netz, sicher WLAN, da ist eben ICE und so, halt einfach viel besser, aber logischerweise auch dann jetzt vor ein, zwei, ein, zwei Tagen, einem Tag, kamen auch ganz coole Sachen noch, ähm, oder, hätte es vielleicht Möglichkeiten gegeben, nach Köln zu kommen, aber die Bahn logischerweise, je näher man zum Spiel kommt, desto teurer ist der ganze Quatsch, deswegen war das dann einfach nicht mehr, nicht mehr sinnvoll, das zu machen, ähm, und deswegen werde ich nicht in Köln sein, aber natürlich auch gleichermaßen, dass wir uns das Spiel morgen dann gerne zusammen, im Stream hier auf YouTube anschauen, Matchreaction, ganz, ganz klare Geschichte, und gehen wir mal in Köln rein, ähm, auch so vielleicht, nicht ein Downer, aber ich habe es vorhin gesagt, ey, wir, wir passen uns unsere Erwartungen an, unsere Expected Points an, und es ist alles komplett verdient, unsere Geschichten, ähm, jetzt drehen wir das Ding vielleicht mal um, also das war ja, das war ja quasi eine positive Auslegung von, ey, wir haben uns zu 100% verdient, jetzt kommt vielleicht ein kleiner Punkt von wegen, ja, wir haben uns das verdient, und ja, das musst du auch erstmal machen, aber vielleicht war das Saison schon dann auch echt gut gelegen, und, äh, gute Gegner auch erwischt, weil Köln ist jetzt der dritte bisher sieglose Gegner in Folge, aktuell steht Köln, äh, auf Platz 16, Darmstadt auf 17, und Mainz auf 18, wenn sich jetzt hier an dem, an dem Screenshot von dem Twitter-Post bis heute nichts mehr verändert hat, bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, sie sind sehr, sehr tief unten drin, Bochum auch sehr, sehr tief unten drin, ähm, gerade bei sowas wie Köln und Mainz, kann man davon vielleicht nicht ganz ausgehen, dass es so ein schlechter Saisonstart wird, mit nur einem Punkt aus fünf Spielen, ähm, ähm, also Punktebeutemäßig, spielerisch und so, sondern was andere Spielverläufe, ähm, aber da muss man vielleicht auch einfach sagen, ja, dann haben wir doch einfach einen guten Saisonstart erwischt, was die Gegner angeht, Mainz erwischt, in einer schlechten Phase, Köln könnten wir jetzt erwischen, das Spiel ist noch zu spielen, ne, aber können wir noch erwischen in einer schlechten Phase, Darmstadt-Aufsteiger sowieso, Bochum auch, ein Klub, der unten mit drin hängen wird, der richtig überraschende und, ja, auch da in der Hinsicht dann für den, für den Saisonstart und für den guten, für den sehr guten VfB-Sprechende, siegen natürlich dann Freiburg, weil die zählen nicht unten zu, ja, vielleicht doch ein einfacher Saisonstart, nee, klar, Freiburg hat auch vielleicht gerade nicht die beste Phase, nicht den besten Saisonstart, ähm, aber die sind natürlich nochmal ein anderes Kaliber und die hast du 5-0 geschlagen, die Leitze noch verloren, ähm, und dann, ja, ist das vielleicht wirklich ein kleiner Punkt, wo man sagt, ja, ist geil und wie gesagt, da ist natürlich gleichermaßen auch positiv, sehr positiv auszulegen, dass wir es eben machen, dass wir diese Spiele eben auch gewinnen, weil das haben wir auch sehr, sehr oft nicht gemacht, so die Spiele waren ja da, wie gesagt, vorhin im achten Anlauf erst wieder gegen Aufsteiger gewonnen, also du musst Spiele auch gewinnen, das ist auch ganz klar, aber vielleicht auch ein bisschen einfach sich ein bisschen hinter dem Kopf behalten oder die Realität quasi so ein bisschen dahin drehen auch zu sagen, ja, wir haben eben auch gerade Klubs erwischt gehabt, ähm, bei dem Saisonstart, für die es halt überhaupt nicht lief, zu diesem Saisonstart, bisher, ähm, Baumgart hat schöne Worte gefunden zu uns, zum VfB, ähm, dass die Mann, dass natürlich Gerasi top ist, aber auch die Mannschaftsleistung vor allem, ähm, der, der Grund dafür ist, ähm, dass wir ein positives Beispiel sind, wie schnell es gehen kann im Fußball, positive Entwicklungen, riesige Entwicklung, ähm, dass er, das hat auch Hoeneß sehr gelobt und so Geschichten, ähm, dann können wir direkt auch schon weitergehen in unsere PK-Personalsituation, dann Axel Zagadou hat diese Woche muskulär reagiert, er hat heute individuell trainiert, also ist von Donnerstag, man muss für das Spiel abwarten, sie hat ein Problem mit dem Strunggelenk, auch bei ihm müssen wir schauen, ob es reicht, und natürlich Nathai noch, äh, verletzt, ähm, Reimund, da haben sie sogar auch aktiv mit reingenannt quasi, ist ja auch eher Jugendspieler, sag ich mal, aber jetzt auch aktiv reingenannt, für die, die interessant ist für den Kader, aber der ist auch krank, ähm, und Jong natürlich bei den Asia-Spielen, ähm, und Wagner Mann auch hier nochmal die Meldung zu ihm, ähm, mittrainiert hat er, aber der Einsatz kommt noch zu früh, möglicherweise kann er dann, äh, gegen Wolfsburg, also nächste Woche gegen Wolfsburg, wieder mit von der Partie sein, und damit, also, was heißt mit von Wolfsburg, die Bank, Kader, ne, wie auch immer, aber auf jeden Fall interessant dann, dass vielleicht Silas und Zagadou welche sind, weil sonst musst du ja überhaupt keinen rausrotieren, ne, aber wenn wir auf die Startelf gucken, so ein bisschen Startelf-Tipp machen, muss man bei Silas und Zagadou dann vielleicht sogar gucken, also Silas wäre für mich sowieso ein Kandidat, den du mal rausrotieren könntest, Frage ist halt da, für wen, weil Leveling wäre so einer der Positionen spielen könnte, aber den fand ich jetzt auch nach Einwechslungen nicht so überragend, als dass ich den Silas ersetzen lassen würde, ähm, aber wäre wohl wahrscheinlich der, der einleuchtendste, außer du stellst halt irgendwie, ja, jawohl, du musst gar nicht viel umstellen, dann können wir jetzt mal nach hinten gucken, zum Beispiel, Zagadou, wenn der ausfällt, äh, wenn er wirklich tatsächlich ausfällt, dann schiebst du halt den Ito rein in die Mitte zu Anton, äh, und quasi auf Ito-Position, äh, spielt dann eben Mittelstädt, ne, als Linksverteidiger, das ist auch ganz einfach gelöst, ähm, und sonst, ja, wirst du wahrscheinlich echt ein Leveling sein, also, wenn die beiden wirklich verletzt sind und nicht spielen können, tippe ich mal auf Leveling statt Silas, und eben, ähm, ja, quasi, äh, Mittelstädt für Zagadou und dann eben nochmal getauscht mit Ito, ähm, und wenn sie fit genug sind, dann spielen sie eh, weil never change a winning team, ähm, ähm, Anton hat nochmal hervorgehoben, äh, der Hoene ist auch sehr wichtig, weil die verkörpert alles, was ihren Kapitän braucht, er ist unermüdlich, immer diszipliniert, er trainiert wirklich immer 100%, weil die ist absoluter Teamplayer, Profi, Identifikationsfigur, das muss ich einfach mal so sagen, wichtig und richtig, die Aussage zu Anton, ähm, wir wollen den Schwung mitnehmen, bei uns bleiben, wir müssen uns die Dinge aber auch immer wieder neu, arbeiten, auswärts in Köln ist ein Brett, da muss man körperlich und mental top vorbereitet sein, spielt auch in die Richtung von Erwartungshaltung rein, und was ich da vielleicht nach dem Darmstadt-Spiel so ein bisschen erwähnt hatte, von wegen, ja, wir haben so einen Lauf, und gucken mal, die Kölner auch nur einen Punkt aus fünf Spielen, die schlagen mal jetzt auch noch, so ein Selbstläufer wird das nicht werden in Köln, normalerweise, ne, ähm, können wir nicht unterschätzen, sie sollten, äh, sie sollten bei den Expected Points viel besser darstellen und brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis, sie werden voller Power und Intensität versuchen, uns das Leben schwer zu machen, da müssen wir vorbereitet sein, sagt auch noch Sebastian Hünnes, und natürlich, ähm, auch wenn ich keiner davon bin, äh, letzten zwei Jahre war ich in Köln, äh, diesmal nicht, aber wieder natürlich 5000 VfB-Fans, natürlich der offizielle Auswärtsblock, wahrscheinlich drumherum auch noch ein paar mehr, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, über 5000 VfB-Fans, äh, mit nach Köln, immer eine geile Auswärtsfahrt wert, schöne Stadion, geile Stimmung, das wird sehr, sehr geil, ich hoffe, es kommt auch morgen, dann, äh, ja, im, in der Audiospur, in der TV-Spur, wie auch immer, äh, akustisch gut rüber, habe ich Bock drauf auf jeden Fall, ähm, und prognosemäßig, habe ich ja schon ein bisschen schon, äh, ja, vorweggenommen, da haben wir ja schon im Vorbericht, äh, mit dem guten Jan Niklas, äh, drüber gequatscht gehabt, ähm, da gehe ich wieder einmal auf ein 1 zu 3, ähm, ich würde auch bei so einem Spiel auch einen Unschienen oder sowas nicht wundern, ne, ich gehe auch nicht mit der Erwartungshaltung rein, wie gesagt, äh, dass ich sage, du musst die schlagen, oder so, ne, Köln hat einen schweren Saisonstart, äh, hinter sich, die brauchen das Erfolgserlebnis noch mehr als wir, ist auch ganz klar, ähm, in Köln kannst du auch aktuell gewinnen, Siehe Hoffenheim und so weiter, die ja auch so eine Überraschungsmannschaft mit uns sind, quasi Hoffenheim, nur da guckt halt irgendwie gefühlt kein Mensch drauf, weil Hoffenheim juckt halt keinen, aber die sind ja genauso krass gestanden, die wären auch im Abflugskampf gewesen mit uns, also Hoffenheim auch eine krasse Überraschung, ähm, dazu Bilanz schaue ich mir auch immer gerne an, äh, von den Partien eben spezifisch, und die ist ja auch richtig gut für uns, also seit, seit dem Jahr 2000 haben wir genau ein Auswärtsspiel in Köln verloren, sonst glaube ich sechs Siege, sechs Unentschieden, also wieder so ähnlich wie auch in Mainz, ähm, auf jeden Fall nicht verlieren, das muss echt nicht sein, also in Köln musst du nicht verlieren aktuell gerade, aber, ähm, Sieg ist absolut auch drin, Sieg ist absolut drin, äh, deswegen bleibe ich auch bei meinem 1 zu 3, äh, Tipp, und natürlich auch immer gerne eure Tipps, in die Kommentare, Prognose zum Spiel, in die Kommentare, und, äh, Community Tab könnt ihr auch gerne abstimmen, hab ich auch schon lange nicht mehr erwähnt, aber da stimmen ihr auch immer super viele ab, natürlich auch zu jedem Spiel mache ich hier eine Umfrage rein. Dann machen wir jetzt zum Schluss noch den sechsten Spieltag, die Tipps, ähm, auch für mich immer wichtig, so das Video noch quasi kurz vor Spieltag, das heißt, ich tippe hier wirklich aus dem, ja, aus dem Affekt raus, einfach aus dem Stand raus, die Spiele, und übertragst dann in die Kick-Tipp-Runde von uns. Also, Hoffenheim gegen Dortmund, heute Abend, Freitagabendspiel, boah, ist eine Überraschung sogar drin vielleicht für die Hoffenheimer? Ich glaube es irgendwie nicht ganz. 1-2 für den BVB, ähm, Wolfsburg gegen Frankfurt, das ist unschieden 1-1, Mainz-Leverkusen, sorry, Mainz, 0-3, ähm, Köln, haben wir ja gerade schon gemacht, 1-3, dann muss ich beim Tipp bleiben, ähm, Bochum gegen Gladbach, auch eklig, und irgendwie glaube ich echt, dass da sogar Bochum gewinnt. 1-0, Bochum ist da so ein Heimding, bei so, ja, Krisenpartien, sage ich, und dann ist Gladbach auch ganz böse unterwegs, also das ist, das ist schon auch ein sehr krasses Spiel, jetzt schon am sechsten Spieltag, Heidenheim gegen Union, irgendwie glaube ich, ist Heidenheim was mitnimmt, auch hier, 1-1 Heidenheim, ähm, Leipzig gegen die Bayern, sage ich auch, 2-2, also ich würde nicht wundern, wenn da, wenn die Bayern hier dann doch noch gewinnen, ähm, aber wenn da irgendwie was gehen sollte, wenn, ja, die Bayern geschlagen werden sollten, mal in so Topspielen, oder halt mal Punkte liegen lassen sollten, in so Topspielen, dann vielleicht in so einem Spiel, wie in Leipzig, ähm, damit wäre auch aktuell, weiter in Leverkusen, Tabellenführer, weil die gewinnen für mich ja gerade in Mainz, ähm, und Darmstadt gegen Bremen, auch ein sehr ekeliges Spiel, auch für beide sehr eklig und wichtig, ähm, Bremen hatte jetzt noch, einen wichtigen Sieg gegen Mainz noch eingefahren, erst vor kurzem, pfff, gegen Köln auch, ja, ist schon, ja, Bremen eigentlich schon eher, eher oben, aber irgendwie, ich sehe es irgendwie doch nicht, 0-0, 0-0, Darmstadt-Bremen, 0-0, tut mir leid, ähm, und Freiburg gegen Augsburg noch hier, spontan rausgeworfen, Freiburg echt auf Platz 11, ne, auch schwieriger Saisonstart, Freiburg-Union generell schwieriger Saisonstart, gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, das sind wir vielleicht auch wieder beim Thema, wie wir es ja quasi haben, nur, dass wir es positiv haben, und die negativ, weil ich glaube, Union letztes Jahr auch, kurzer Exkurs, ich glaube auch irgendwie, ich glaube, 20 Punkte mehr gehört, als zu erwarten war, also mehr, überperformt, und 20 Punkte Union, Freiburg auch gerne mal überperformen, da muss man vielleicht auch sagen, dass es vielleicht gar kein schlechter Saisonstart ist, oder kein unerworter Saisonstart ist, sondern eben Union und Freiburg jetzt vielleicht auch mal, endlich, sage ich mal, böse gesagt, normale Saisonstarts erleben, normale, nicht überperformende Saisonstarts erleben, aber ich muss jetzt hier noch das letzte Spiel noch zu Ende tippen, Freiburg gegen Augsburg, aber macht Freiburg trotzdem 2 zu 1, Heimsieg für Freiburg, und dann bleibt es wie immer nur an mir, noch kurz Instagram hier rauszuklatschen, wie immer gerne mir auf Instagram folgen, ganz klare Geschichte, weil da natürlich die News und so weiter, noch viel, viel schneller da sind, als in diesen längeren Podcast-Videos hier, wie immer gerne jegliche Meinungen und so weiter, also alles, was euch einfällt, zu den ganzen Themen hier, ab in die Kommentare damit, natürlich auch ganz gerne kostenlos, Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte, danke fürs Zuschauen, bis morgen im Stream hoffentlich, und bis zum nächsten Mal.